Hallo alle miteinander! Wie geht es euch allen? Wir deutsche Studenten an der GCHS geht es wunderbar! Deutsch ist die beste Sprache und jeder soll es nehmen! Wir lernen seit fünf Jahren! Ich liebe Deutsch! Wir spielen Scrabble! Es ist großartig überhaupt einen anderen Sprachen neben ihrer Muttersprachen zu lernen! Aber vor allem Deutsch! In der Europäischen Union ist Deutschen am meisten gesprochen! Oh, hallo! Die Deutschen sind Weltmarkt, vor allem in der Europäischen Union! Wir lernen! Wir lernen! Hallo! Ich liebe Nabi! Deutschland, wir schaffen Reingart auf Platz 1 in Europa und auf Platz 4 weltweit! Bart! Das sind einige Zwingende Gründe Deutsch zu lernen, aber noch Wichter ist. Das ist eine super lustige Türk. Das ist eine sehr lustige Karte, aber noch ist es anders. Das ist eine sehr lustige Karte! Das ist eine sehr lustige Karte! Die sind die Kinder in Europa verschwende Karte ist ein zugeben! Das ist eine sehr lustige Karte! Die sind die Bewerberkarten! Wir lassen das in Europa, Doppeln! Untertitelung des ZDF, 2020